Alles klar Kinder? Ei Ei Captain! Geht das nicht lauter? Ei Ei Captain! Ooooooohhhhhh! Wer wohnt in der anderen aus ganz tiefem Meer? Jo Leute, herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute mache ich ein Smoothie mit exotischen Früchten. Fangen wir gleich an. So, heute haben wir kleine Bananen Mini von Gomet. So, da sind die kleinen Bananen. Die sind nicht größer als mein Finger. Also fast. Dann haben wir zwei grüne Äpfel. Dann haben wir eine Nektarine. Und viele süße Erdbeeren. So sieht eine aus. Wunderschön. Und natürlich die dicke fette Ananas. So, das ist unser Mixer. Das schlitzt alles weg. Oh nein bitte nicht! Oh nein bitte nicht! Oh nein bitte nicht! Oh nein! So Leute, so sieht es aus. Jetzt schütteln wir alles sofort in das Dings da. Und zwar ist es unser Mixer. So sieht das aus. Jetzt kommt noch ein bisschen Zucker rein. So, jetzt starten wir. Das sieht schon mal richtig lecker aus. So sieht das aus. So, jetzt schüttel ich es in ein Glas ein. Boah, ist auf jeden Fall nicht flüssig. So sieht es aus. So, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen. Lasst doch ein Like da. Abonniert diesen Channel. Und ja, ich hoffe, ihr verpasst keine weiteren Videos. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Bis zum nächsten Mal.